wo siehst du denn nicht der zune 0 sind gerade nicht gesehen nein da kann man drauf uwe ihr lasst den verkaufen oder was ja ich fahr zum auto geht er weg nach dem server restart ich hoffe nicht also hat er mir nicht angezeigt wo muss man den verkaufen das ist das einzige wo man den verkaufen kann wenn er hier ja dann hier können wir gar nicht gerade in dem Moment aufgeploppt bestimmt als ich weggeguckt habe und das heißt sowas kann man nicht übersehen mit noch ein Feld ich stehe mit Chessner die Kilometer entfernt ist aber sie nicht das oder was ich so hä du willst du mich treu wenn wir uns den mal kaufen war das eine richtige Kampfmaschine alter aber der ist eigentlich gar nicht so gut ne eigentlich ist er total offen Dakar 2 MW M I K M M I K M I K M I K M I K M I K M I K I K ja ja ichs gut jetzt ne fahr mal bin mir nicht sicher ob er bis zum Service hat noch deinen schaffen dann zu mir jetzt mal weg von hier doch ziemlich gefährlich weil fuel ist dunkel-orange engine ist noch dunkler orange fuel ist noch dunkler orange und wheels sind orange weil jeder der keine Eier in der Hose hat legt sich mit dem eh nicht an und ich fahr erstmal frontal auf dem Baum zu und mit zu meine ich drauf und mit drauf meinst du dagegen ich kann so einfach rausgesnallt werden ich kann so einfach rausgesnallt werden ich bin auch noch so langsamer warte hat er eine männliche Hupe und was denkst du? hallo? Huber? warte achso dein Bruder ja das ist meine Hupe für so ein Auto alter nö 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 da sind wir nicht so schnell du musst mich auch ein bisschen schützen deswegen ich stelle mich schützend vor dich du weißt doch dass der hintere immer als erstes abgeschossen wird ok ich geb noch mehr Gas aber ganz ehrlich wenn irgendwie ne naja das schaffen wir also von ne strecke her schaffen musst wenn man nicht abgefuckt werden soll irgendwie habe ich das Gefühl dass der Schakel gleich in die Flamme rauf geht Läuft, ne brennt, brennt bei dem Ja brennt bei dem echt mann Das mies ist, du könntest einmal nicht mal verachten, wenn er am Bandit Trader kämpft Ne Da gehen eh nur Banditen hin Ja Das ist echt mies eigentlich Eigentlich ist das echt nix Und beim Hero Trader kannst du eigentlich hinschill Obwohl da könnten auch Bandits warten Ja die Heroes abknallen Am Hero Trader ist mega safe und so Ja Kommst du noch hinterher? Ne ich komm noch hinterher Fangen wir erstmal ruhig vor Mhm Also 55 ist max 56 050 aber nur wenn ich jetzt auch ein bisschen bergrunter rolle 58 Sobald ich einlinke 57 56 55 Das war jetzt querfeldein Mann Die letzten 300 Meter Schon da? Ja du bist schon da Komm auch der Ganner ist ja noch nicht mal irgendwie geschützt oder wie? Ne überhaupt nicht Mann Kann man hier Waffen verkaufen? Ja aber nur äh Bestimmte Waffen Ja EZ 108.000 LOL Alles schnell weg noch oder? Was haben wir noch für Waffen in den Dingerns? Ja ich glaub die können wir alle beim normalen verkaufen Ja ich glaub die können wir alle beim normalen verkaufen Ach schnell los Warte mal eben Ähm Ne die MK16 Snipersd nicht Bleib eben stehen Ok ja Ich wende dann schonmal Geh hinten rum am Auto Läuft man Läuft man Richtig plärsch gemacht Läuft man Richtig plärsch gemacht